Ich will noch einen ganz wichtigen Veranstaltungshinweis in eigener Sache, Alex Kanz-Kurzmann, das ist der kleine Mann. Und zwar werden wir die Feierplatz dieses Jahr 25 Jahre alt und zu unserem Geburtstag machen wir wieder eine Jubiläumsshow. Natürlich auch hier in Dresden und zwar am 3. November, das könnt ihr euch gut merken, das ist direkt zwischen dem 2. und 4. November. Und da machen wir eine große Geburtstagsshow und zwar in der ganz neuen Ballsportarena hier in Dresden. Die ist noch im Bau, die wird extra für uns gebaut, danach abgerissen. Und am 3. November quasi in dieser jungfreudigen Location, 25 Jahre Feierplatz mit ganz vielen Bußigern, die wir uns dazu geholt haben. Es hat also herzlich eingeladen, unsere Jubiläumsshow zu besuchen.